Hat der Mörder eine akzeptable Taube? Ist eine Sünde etwas, die man bereuen kann? Die Reue ist akzeptabel? Es gibt nämlich tatsächlich... Es wird überliefert, dass Ibn Abbas darin, Ibn Abbas, die es bestritten hatte. Er würde bestreiten, dass der Mörder eine Taube hat. Das heißt, er hat keine Taube. Selbst wenn wir davon ausgehen, er hat keine Taube. Was bedeutet das? Ist das identisch mit dem Malhab der Khawaric? Das bedeutet ja nicht, dass er sagt, dass er deswegen ein Kafir ist, sondern einfach, dass diese Sünde nicht durch die Taube ausgesühnt ist. Aber der Konsens der Muslime ist, dass auch der Mörder eine Taube hat. Und der Hadith zum Beispiel ist ein Beleg dafür. Es stellt sich aber natürlich die Frage, was bedeutet der Vers? Wir haben im Koran einen Vers, der wird von dem einen oder anderen vielleicht etwas missverstanden. Und der Vers ist auch tatsächlich in seiner Ausdrucksform sehr bedrohlich. Und wer einen Gläubigen vorsätzlich tötet, Seine Vergeltung ist Jahannam. Seine Vergeltung ist Jahannam, das einmal. Und dann sagt Allah Ta'ala, Das heißt, Dieser Vers machte im einen oder anderen Verständnis Probleme, weil das Wort tatsächlich oft in der deutschen Sprache übersetzt wird, als das ewige Bleiben. Er wird auf ewig in Jahannam bleiben. Das ist dann natürlich problematisch. Zum einen ist es eine Sünde, Zweitens haben die Chawadi sich tatsächlich unter anderem auf der Art, zum Beispiel auf diesen Text gestützt, um ihre These zu untermauern, dass der Sünder ein Ungläubiger ist. Wir müssen das aber aus linguistischer Perspektive genau verstehen. Einmal. Und zweitens im Kontext anderer Texte. Der Kontext ist immer enorm wichtig. Der Kontext ist teilweise ausschlaggebend für den Tafsir. Auch manche Formen des Tafsir, die du in den Tafsirbüchern siehst, wenn du sie im Lichte des Kontextes betrachtest, also was vorne, vorher und nach steht, machen sie manchmal keinen Sinn. Auch wenn der Teil, der erklärt wird, unabhängig von dem Kontext, würde es möglicherweise Sinn ergeben. Aber in diesem Kontext macht das keinen Sinn mehr. Jedenfalls, wir sehen im Koran, dass Allah Ta'ala nicht nur von einem Mord spricht, sondern von Bekriegung, wo mehrere Opfer fallen zwischen den Gläubigen. Allah Ta'ala nennt sie sogar Gläubigen. Und wenn zwei Gruppen der Mu'minun sich bekämpfen, dann kommt aber auch, dass der Prophet s.a.w. tatsächlich diese Handlung als Kufr bezeichnet hat. Er sagt, Allah Ta'ala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum a'na qabaab. Kehrt nach mir nicht in den Kufr zurück, indem ihr euch gegenseitig die Köpfe abschlägt. Abschlagt, schlagt, ne? Auf jeden Fall, die Ahle Al-Ihm haben hier in diesem Vers mehrere Interpretationsmöglichkeiten. Eine davon ist, sie sagten, Wer dies legitimiert, ohne einen Ta'wil, ohne Missdeutung, ohne Missverständnisse. Warum sagen sie Missdeutung? Die ersten Khawadiz, die die Sahaba getötet haben und sich damit gerühmt haben, haben sie das Töten im absoluten Sinne legitimiert. Sie haben das nicht im absoluten Sinne legitimiert, dass sie gesagt haben, das Töten ist erlaubt. Aber sie haben diverse Missverständnisse gehabt, auch wenn das sehr akute Missverständnisse sind, die dazu gebracht haben, dass sie die Sahaba, einige der Sahaba abmetzelten und sich auch bekriegt haben mit ihnen, also Aufstände verursacht haben. Ich habe das immer, glaube ich, erwähnt. Insbesondere in der Zeit von Ali, wo sie sich distanziert haben von dem Mainstream der Muslime. Auf jeden Fall, was ist mit dem Vers gemeint? Eine Gruppe der Gelehrten sagt, da haben es gemeint, wer das legalisiert, ohne Schubha. Aber das ist problematisch, einfach aus dem Grund, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Kontext erwähnt. Das kann man ja dann über jede Sünde sagen. Oder? Das kann man dann über jede Sünde sagen. Was hat also das Töten dann so Besonderes? Warum wird das Töten explizit erwähnt in diesem Kontext? Tatsächlich ist das Töten eine schwerwiegende Sünde. Deswegen sagt der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, dass die ganze Dunya der Herr schwindet, ist für Allah ta'ala bei Allah ta'ala geringer, als dass eine gläubige Seele getötet wird. Einige sagten mit dem Wort Al-Khulud, und das ist der linguistische Teil, das Wort Khulud, also was wir als ewig übersetzen, bedeutet nicht unbedingt die Ewigkeit, sondern lange Zeiten. Eine andere sagten, damit ist gemeint, das wäre seine Strafe, wären dann nicht diverse Hindernisse, wie zum Beispiel Vergebung oder der Islam, welcher die Ewigkeit, das ewige Verbleiben der Hölle verhindert. Aber es gibt da noch einige andere. Was ich aber hier sagen möchte, ist, dass die Taube des Mörders laut der Ahle Sunnah al-Yama'ah, und laut dem Konsens auch Ibn Abbas ist von seiner, also wird gesagt, von seiner Auffassung zurückgetreten. Denn manche sagen, er hat das gar nicht so wortwörtlich gemeint. Er wollte damit nur sagen, dass auch wenn zwischen dir und Allah ta'ala die Sache geschlichtet ist, weil wer mordet, der vergeht ja eigentlich zwei, der bricht oder der vergeht zwei Verbrechen. Einmal ein Verbrechen in Bezug auf das Recht Allah ta'alas und einmal in Bezug auf die betroffene Person und seine Hinterlassenschaft. Das, was zwischen dir und Allah ta'ala ist, ist durch die Taube getilgt, aber was zwischen dir und den Betroffenen ist, das steht offen. Einige meinten, das meint er eben, aber was damit nicht anderes.